Und als erster Zock der erste Fläsch. Also Fläsch ist für alle, die es nicht witzeln und wer den tollen ersten Versuch schafft. Und ich glaub, die Buben auf meiner Seite flaschen aber alles weg. Alter Schwede, sind die stark. Da wird kurz rumgehugelt. Auf meiner Seite auch. Easy. Der Kollege hat einfach Strom. Wahnsinn. Müsste ich jetzt nicht reden, würde in meinem Mund offen stehen. Ja, bei mir drüben auch. Jakob Schubert handelt mal schnell an diesen 2-4, die leisten da. Auf geht's Jakob. Ja, der hat zugelangt. Ja, der hat hier aufkommt. Ablaufen und wach. Sauber. Spannend wie das hier nachher ausgehen möchte. Ja, und Jakob, probier's noch mal. Du hast noch genügend Zeit. Auf geht's Jakob. Hunde diesen Polar. Arne Jakob. Arne Jakob, komm, auf geht's. München. Ihr müsst gleich absolut Gas geben, weil ihr startet gleich der nächste deutsche Starter. Also, in 17 Sekunden möchte ich haben, dass die Hütte kurzzeitig brennt. Und hier bei mir... Ich wollte gerade sagen, auf den Weg zum Totten, Charlene. Tsukuro Hori ganz locker. Aus Japan hier im dritten Flash. Er muss absolut nicht nervös sein, der toppt das Ding noch locker. Er braucht einfach ein bisschen Unterstützung hier im Zentrum. Wenn er jetzt einsteigt, dann geben wir richtig Gas hier für Jan Hoher. Ein Dito. Ein Super. Ein Dito. Alle, 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 alle. Ich wünsche es euch wirklich, dass ihr euch wirklich hört. Auf geht's Jakob. Auf geht's Jakob. Ein Dito. Komm, Jan. Jawohl, jetzt ist es. Jawohl. Jawohl, jetzt ist es. 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 Ja, Arne. Vielleicht erstens mal kurz. Wie so laufen die Athleten alle, wer hinter die Wand. Also, wir starten hier im sogenannten Schaufallmordes. Das heißt, es ist immer gut mehr in Blätterzeit. Und wir haben die Athleten wieder erreicht. Überflügel in die Falbe. Und dann werden sie jetzt ebenfalls wieder fünkt. Ich werde Zeit haben, hier ist es natürlich, so wenig wie möglich, besuchen und so schnell wie möglich. Yes! Da hat sie mal kurz weg geflasht. Jule und du haben die erste Flash. So kann es weitergehen. So wird es weitergehen. Vielleicht. Ja, und in den, hier weit auf der linken Seite, der Wettkampfwand. Daniel Klingner aus der Schweiz. Und der Thomas Trotz ist noch nach oben. Bei Wohle Problem Nr. 2, es fehlt nur noch die zweite Hand und dann kommt die Zeit. München, es geht noch lauter! Auf geht's, Benni! Auf geht's, Benni! Auf geht's, Benni! Ja, und ich habe gerade gehört, dass wir schon knapp 3.000, 4.000 Zuschauer sind. International, aus der ganzen Welt angeweist. Moni! München, sagt mal hallo! Willkommen zu all international Climbers! Willkommen zu all national teams! Willkommen zu all national teams!